Seid gegrüßt zurück zu Edge of Eternity. Wir sind ausgeruht und bereit zuzuschlagen. Wir müssen Darion retten und diese Automaten sind uns im Weg. So. Oh, die halten recht viel aus. Mal sehen, wie lange sie für Selene standhalten. Nicht sehr lange. Und bumm. Und du schlägst auch nochmal zu. Nachladen. Selene. Wir brauchen einen Felsen. Und da bricht die mal. Wir können jetzt echt nicht gebrauchen, dass die sie versterken. Du scheinst irgendwie am schnellsten zu sein. Dann wollen wir dich einfach mal blockieren. Außerdem sind die anderen effektiv gegen Fels. Also ist Fels gegen die Effektiv. Und dann ist es besser, wenn du weniger Lebenskund hast. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch dazu kommen, Fels ins Waffe auszubessern. Und jetzt? Ich weiß nicht, dass unsere Ancestoren wussten, wie diese Crystals zu entwickeln. Und wie sie in bestimmte Formen zu entwickeln. Uh-huh. Oh. So, we wait here until one of them goes inside. I have a better idea. This is gonna be interesting. What are you going to do to me now? Repurpose you, using nanomachines. You what? N-nano-machines? It's kinda like fairy dust, but for machines. Fairy d- Absolutely not! That is not fairy dust, it is much more complicated and- Wait. How does someone like you know how to use nanomachines? And how did you get a hold of those? I'm world class. That's all you need to know. Do you intend to put me into that body? Completely inefficient. Take that one. Over there. This one? Affirmative. Nice choice. What the hell? Quite thinning, actually. Hey, this thing just tried to kill us. Do you really think it's wise to give it that body? Relax, buddy. It's all under control. We need your help. My brother- No need to explain. I distinctly recall all the past events. Your sibling needs my help, and I cannot refuse, since I must obey your orders. Actually... Let me access the unit's memory. Such an abdicated system. It's a miracle these things can even walk. Ah, here it is. I know how to open it. Wait a second. What should we call you? Um, typical human reaction? Now you see me walking on two legs, you suddenly wonder what to call me. And? This body feels like a weapon of mass destruction. I think Thaya sounds nice. Thaya? Huh. Affirmative. Is Thaya now in our group? Yeah! He seems to be a little friendly, but he fits, I think, with the Thaya. Thaya. Gehen wir zum Tor. Ich zeige dir, was ich so drauf habe. Was? Dass du eine Tür öffnen kannst? In etwa. Ähm. Thaya ist jetzt das neuste Mitglied der Gruppe. Sie ist die einzige Person, die die Tore von Gideon öffnen kann. Genau wie Soris kanalisiert Thaya Energie, um ihre Fähigkeiten zu nutzen. Ihre Art Energie zu kanalisieren unterscheidet sich allerdings von seiner. Du musst dazu die Kanalisierungsfähigkeit verwenden. Diese sind mit einem blauen Symbol gekennzeichnet. Die erste Kanalisierungsfähigkeit ist der normale Angriff. Verwende ihn, um Energie zu erzeugen. Alles dieses Energie entziehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten Energie zu sammeln. Du kannst zum Beispiel die leeren Kugel beschwören, um Energie aufzubauen, wenn du Gegner um dich herum angreifst. Die leeren Kugel erzeugt in Kombination mit anderen Kanalisierungsfähigkeiten noch mehr Energie und erlaubt es dir viele weitere Fähigkeiten freizuschalten. Verwende ihn mehrmals Angriff, um mehr Energie zu erhalten. Okulose Läden fügt einem Gegner Schaden zu. Der Effekt wird die Energie des Wirkers erhöhen. Die Verteidigungsstufe erhöht die Verteidigungsstufe von Verbündeten, die sich im gleichen Nexus entnützt. Die der Wirker befinden, der Effekt wird und die Energiestufe des Wirkers erhöht. 3 kann ich scheinbar nicht einsetzen. 1 auch nicht. Du hast Zugriff auf eine Gipfelfähigkeit erhalten. Diese Fähigkeiten sind mit einem roten Symbol gekennzeichnet. Im Gegensatz zu Kanalisierungsfähigkeiten kosten Gipfelfähigkeiten Energie. Da gewarnt, die Verwendung einer Gipfelfähigkeit verbraucht deine gesamten Energiereserven. Wenn deine gesamte Energie die Kosten der Gipfelfähigkeit übersteigt, wird die Fähigkeit im Verhältnis zur zusätzlich verfügbaren Energie des Wirkers verstärkt. Ist an der Zeit, die Tore von Gideon zu öffnen. Verwende deine Gipfelfähigkeit, um ausreichend Schaden zu verursachen. Ok. Ja, das hat man jetzt wohl irgendwie nicht ganz gesehen. Aber ok. Das Tor ist scheinbar offen. Das Tor ist scheinbar offen. Das Tor ist scheinbar offen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ist vorbei. Jetzt, die Strecke der Destruktion wird mir sein. Was hat Ol'Fara dir nichts gezeigt? Ol'Fara? Was? Wer bist du? Hm, du wirst nicht erinnern. Curious, vielleicht habe ich deine Macht verurteilt. Ich werde sicher, dass diesmal nichts im Weg von deinen Blumen steht. Du wirst mich bedanken. später. Plötzlich weniger wie weinen, eher wie schreien angehört. Ähm, ist dann Darion von Himmel gefallen? Die? Ähm, die Darien? Eigentlich nicht. Schauen wir mal, was machen wir dann? So, Isoris. Die sind relativ unbeindruckt zwar davon, aber... Ja. Ich muss mal kurz hier rüber. Und der ist auch recht unbeindruckt davon. Der fahrt den mal ein. Und den verpasst ich. Wasserschlag. Oh, die Summels ist okay. Ich glaube, auf die 128 Heeres verzichten. Also, er will jetzt die Saat der Zerstörung. Ich hatte erwartet, dass er... ...die irgendwie vernichten will oder so. Aber... Da habe ich mich scheinbar geirrt. Weil die scheinbar auch für ihn ja problematisch zu sein scheint. Irgendwann mal nach. Da dürfte es nicht ausreichen. So. Erster Teil. Erledigt. Und da ist die zweite Gruppe. So, was haben wir dann? Stehen alle auf Erde. So. Gut. Elektro ist neutral. So. Keine. Mach mal ein paar Claymore. Mach es hier mal nochmal. Kugel. Mal gucken, was die genau macht, die Kugel. Nein. 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 Entgegen. Na gut, das hat nichts gebracht, aber okay. Oh, die halten eine Menge aus. Dann... Verpasst ihr selber auch noch so eine Kugel? Achso, ich wollte gucken, was die ansonsten noch hat. Also, sie entzieht auf jeden Fall Energie. Das ist klar. Aber die Frage ist, ob sie noch was anderes tut. Hier, äh... Fügt Gegner in der Nähe in jeder Runde Schaden zu und dann zieht ihnen Energie. Okay. So, ich glaube, damit haben wir das Energieproblem von ihr gelöst. Und... Dann gibt es noch ein paar Minen. Den probieren wir mal. Okolus-Linse. Probieren wir die mal aus an... Hier. Was geht? Aber Magieschaden. Wenn der da richtig mal Schaden anbricht, der vor. Unterbrich den mal. Unterbrich den mal. Aber dann kann Teya eigentlich nicht viel Schaden anrichten im Moment. So. Mach mal da. Na ja... Du... Mach auf die. Attacking. Das Ziel kann... Moment. 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 Die kann zweimal mit dem selben Element getroffen werden. Okay. Das verstehe ich nicht. Aber okay. Okay. Und da bricht den mal. Ich glaube, der da ist von allein von den äh... ganzen Minen her... hinüber. Wird jetzt auch keine Mixtur verwenden. So. Das unterbricht nicht. Das ist interessant. Das heißt aber auch, dass die grundsätzlich nicht unterbrechen kann. Oh. Das ist natürlich jetzt ganz genial. Wer auf die Idee... Wer von denen auf die Idee kam, dass das eine gute Idee ist... Äh... Ja. Gibt's einen Tipp? Das war keine gute Idee. Guck mal. Für uns vereinfacht das alles. Und das müsste es gewesen sein. So. Dann wollen wir mal... Achso. Da kommt doch glaube ich noch eine Gruppe. Also. Retten wir Darion. Nice. Ich krieg dem Alarm. Zack. Selene. Eis hab ich... äh... haben... Eis können sie bekommen. Oh. Nur der kriegt Eis. Ja. Irgendwie hab ich das nicht gedacht. Hopp. Der Wind. Hm. Vielleicht auch Energie. Ja. Und das hat theoretisch eine Chance zu unterbrechen, aber keine echte. Er ist weg, oder? Ähm... Unterbrich ihn. Ich will schon wieder. So. Der ist weg. Leg den mal lahm. Unterbrich ihn. Aber ich glaube, die Musik ist insgesamt weg. Merk grad, hier ist schon wieder keine Musik. Äh, ist mir gar nicht aufgefallen vorher. So, äh, nee, Energie ist bei dem auch schlecht. Unterbricht den. Ach, Luft ist eigentlich ganz gut, ne? Und, bumm, der ist dann weg. So, komm, sorg mal dafür, dass du mehr Energie bekommst. Und, tapp. Oh, gut, das ist gut. Problem gelöst. Lass mal ein paar Blitze runtergehen. Und du kannst mal mit deinem Laserstrahl schießen. Zeitlose Resonanz. Oh, hält irgendwie. Gut. Komm hier aus. So, betäub ihn. Wenn du nicht so richtig tot bist. Gut. Jetzt ist hier ein bisschen Musik. Aber nur die, die Sieges-Sieg. Komm mal grad. Hm, in Christus. Hallo. Oh. Fallenkugel. Stellt eine Falle auf, die einen Gegner auf dem Ziel nächstes jede Runde Schaden zufügt und Energie entzieht. Äh. Gut. Machen wir mal. Auf, auf. Darion ist runtergefallen. Darion? Darion! Ja, allein vom Aufschlag hier müsste er eigentlich tot sein. Thea, get Darion on your back. Gut. Das ist jetzt die große Frage. Was ist da oben passiert? Und ich hoffe, ich kriege das mit der Musik gefixt. Bis nächstes Mal. Oh. Der Bote Gottes. Das Auftrag. Oh, hier waren wir doch schon mal. Äh, das sieht aus wie das Haus von. Mother! Äh, das ist aber eine ziemlich große Zersetzung. Gut. Das sieht gar nicht aus. Das sieht gar nicht aus. Wir haben ja keine große Wahl. Das ist auf jeden Fall ein schneller Kampf. Das ist eigentlich gerade ein bisschen störend. Wo? Okay, auf jeden Fall war da eins versetzt. Es ist irgendwie... Post für dich. Da steht, du bist ein schlechter Mensch. Okay. Hey, schaut ihn an. Wird er uns wieder eine Predigt halten? Nach all dem, was er getan hat? Zumindest machen meine Lügen andere Leute glücklich. Aber deine... Ich hätte dich damals töten sollen. Das hast du ja versucht. Mehr hast du nicht drauf? Da hatte ich mehr erwartet. Mehr hast du nicht... Ähm... Ist eine solche Enttäuschung, Darion. Ja gut, das würden die alle nie sagen. Müsste mir hoffentlich selber klar sein. Von der Front geflohen wie ein Hund mit eingezogenem Schwanz. Ist das... Ist das... Kalder. Ach, dem haben wir befreit im... Äh... Vor... Kerelsor. Glaubst du, wenn du hier und da ein paar Leute rettest, biegt das deine Taten auf? Was für ein Dreckskerl. Egoistische, verzogene Kinder wie du sind der Grund, warum die Welt vor die Hunde geht. Der immer glückliche Darion. Wette, das hat dir gefallen. Ich wollte sie eigentlich auch... Selbst umbringen. Wie willst du das wieder gut machen? Was? Das sieht aus wie ein Baum mit Kristallen und Zersetzung. Der zweite Träger. Fragst dich sicherlich, warum du nicht sprechen kannst, nicht wahr? Es wäre falsch zu behaupten, dass du hier stumm bist. Jeder und alles hier ist nichts anderes als du, der gerade spricht. Ich weiß. Es braucht ein wenig Zeit, sich daran zu gewöhnen. Die Saat der Zerstörung schlägt Wurzeln in dir. Gerade in diesem Augenblick, während wir sprechen. Deine Mühen waren umsonst. Es ist unabwendbar. Ihr müsst erkennen, dass ihr leiden werdet, solange ihr kämpft, solange ihr Widerstand leistet. Die Welt wird leiden. Es ist besser etwas zu geben, das man zu Opfern bereit ist, als gar nichts zu geben. Findet den Baum. Findet mich. Okay. Die Welt. 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 Ich habe auch einen von meinen eigenen. Also, du hast bereits Theia kennengelernt, nicht wahr? Ja, das war ziemlich überraschend, eigentlich. Du sprachst nicht über ihre Appearance? Nein, sie hat nur angefangen zu sagen, für was passiert in der Vanguard. Ich weiß, sie ist lernen, machte stützliche Progresse. Hey, du weißt, es ist eine Arkelyte Maschine, die wir sprechen. Wann hast du gesagt, es wäre eine gute Idee, um es einen Körper zu geben? Oh, sie hat mir gesagt, dass du von deinem Bett ausgesucht hast, die erste Mal du sie gesehen hast, und du schraubst auf den Boden, versuchen zu finden, einen von Tyrannus'en Skalpeln zu finden. Oh, das Blabbermouth. Das Blabbermouth saved deine Leben. Along mit Ysaurus und Falon. Ich glaube, sie sind eher loyal, als ich dachte. Ja, und sie sind für uns warten. Go ahead, ich werde meine Sachen sammeln mit dir. Okay. Wir warten, wir warten auf dich. Look who finally showed up! Our miracle recovery. Was ist Minimalsin? Dozens. Oberos throws half of them into some kind of furnace at the top of the building. The rest go somewhere else. Syl couldn't tell me any more than that. Who's Syl? Syl's an old squad mate from the Consort Army. She's one of the captives. I must save her. I will save her. Hmm. Okay. I'll take it from here. While imprisoned, our wobbly friend here noticed something interesting. His jailer, who goes by the frightening name Oberos, seems to have a weak point. Thanks to yours truly and his flamboyant performance in combat, our double-faced friend has received a mortal chest wound. A wound that will be difficult to heal even with his extraordinary healing powers. Blah, blah, blah. Get to the point. Oberos has a weakness. And it's the corrosion. The corrosion? How are we supposed to use the corrosion against him? Oh, you fine people will simply have to do it the same way I do. And how is that? Using tempered, corroded metal. Corroded? You've been transporting and using corroded weapons? Don't pass me off as a madman just yet. If you burn corroded tissue, the contaminated matter burns off and you're left with a completely inoffensive, scary looking alloy. Once I've extracted the metal from the flesh, I'll forge each of you a 100% safe corroded weapon. Or for you, Fallon. Bullets. Yuck. How can we be sure they will be safe? How can we be sure we won't be spreading sickness by forging such things? Corroded metal is safe. You just have to trust me on this. Like you did when you crossed the Clockwork field. But we need to go to another corroded field. The one near the Scorched Halcyon has precisely the kind of corroded alloys I need. Are you sure we'll be a match for Oberos with these corroded weapons? That's our best bet. No need to craft one for me. I won't use it anyway. Then what will you do? Last I heard, Oberos was impervious to your attacks. I guess I'll just have to take the gloves off then. Are you kidding, or...? But I need Alpharius for that. Besides, I need to ask him about Oberos. He knows too much about me. And that was even before he assumed my form. He also said he was the last of the gods' servants. And to be honest, that worries me a bit. Hey, he was pretty intense. I'm not sure you should take him too seriously. Anyhow, we have to learn more about him. And Alpharius is the person who might be able to answer our questions. So, here's what we do. Go to the clockwork field near the Scorched Halcyon, and then visit Alpharius. We have to do both things before we confront Oberos. And, Darian, I took the liberty of sending a letter to your old commander. Did he answer? No. Hey, by the way, I've got a plan too. What if we take my airship, and fly away to Avarus, and leave this mess to someone else? Like, Commander Korok, for example. Korok's not the kind to go back on his word, for better or worse. It's hard to admit. But I can't risk getting expelled from the Sanctorium. And I have to rescue Syl. I'll just tag along wherever these two dummies decide to go. Well, I'm completely lost in a world I understand nothing about. And I have to follow your orders. So? Anyway, the lives of dozens, if not hundreds of people is at stake. Whatever the doppelganger is doing, he must be stopped. Then, let's get to it everyone. Good. Hey, we save a lot of lives these days, don't we? I guess we do. Does that mean we've become some kind of- Heroes? Ugh, can't you just shut up, Apesaurus? You're making me nauseous. Sorry, Fallon. Whether you like it or not, I've got you stuck playing the role of heroin. I knew you were trouble. Good. We've got a lot of things started. Let's go back to the... In the... In the... In the... In the... ...Palljäger have we still. There... We have... How many foes have we? Who have we still? Nine. One still has is still us. noch trifft sich irgendwie mit alpharius an der oder gehe zum uhrwerks der uhrwerks oder alpharius dachte wir sollen beides machen gute frage gute frage das klären wir aber beim nächsten mal ich bedanke mich an der stelle fürs zusehen wünschen einen gesegneten tag und wir sehen uns dann gesagt beim nächsten mal tschüss